Junge! Ach ihr Wichser! Spassen, Alter! Ich schwöre, ich dachte, ihr lauft da rum und es fällt einfach irgendwas runter. Hauptsache ich hab gedacht, das wäre so eine Betonwand und das ist einfach eine Tür. Der ist in dieser Halle die ganze Zeit. Der macht die ganze Zeit irgendwelche Geheimaufnahmen, habe ich das Gefühl, weil er die ganze Zeit so voll random in der Ecke sitzt. Dann komme ich so und dann tut er auf einmal die Kamera, weil ich denke, was geht bei dem? Er macht so voll die Secrets. Aber Junge, als ihr hier lang gelaufen seid, haben wir es voll gehört. Echt? Ja, ohne Witz. Das hat so voll die Schwingungen. Ja, da ist auf jeden Fall dein Rucksack. Marcelo! Okay, wo ist der Junge, Alter? Ich schwöre, ich weiß nicht, was es mit dem ist. Der ist voll geheimnisvoll gerade. Ohne Scheiß, dieser Boden ist dieser Boden. Das musst du dir mal vor Augen halten. Hör auf damit. Lass mich an Ruhe. Hör auf! Hör auf! Bitch! Was dann, Alter? Du bist so weird! Ich hab den weirdesten Vlog von dir. Ich bin nur noch, Alter. Digger.